Wie können wir uns das Leben als Eltern einfacher gestalten? Schauen wir uns zum Beispiel meine Familie an. Das sind Julia, Tom und ich. Alles hatte begonnen, als Julia mit Tom schwanger war. Wir hatten große Pläne. Er soll gesund aufwachsen und lernen, sich ausgewogen zu ernähren. Aber beim Thema Kochen sind Julia und ich, na, sagen wir mal, keine Experten. Bis wir den Nutribaby Plus entdeckt haben. Eine Multifunktions-Küchenmaschine im Designer-Look und vor allem super einfach in der Bedienung. In wenigen Minuten konnte sich Julia leckere und ausgewogene Gerichte zubereiten. Und für Tom nutzen wir das Gerät seit seiner Geburt. Der Nutribaby Plus kann sterilisieren, aufwärmen, auftauen, dampfgaren und mixen. Er ist perfekt für die ganze Familie. Und auch für Julia. Gerade jetzt. Nutribaby Plus sorgt für gesunde, abwechslungsreiche und ausgewogene Gerichte für Tom und die ganze Familie. Außerdem ist das Gerät personalisierbar und mit einer lebenslangen Garantie ausgestattet. Was will man mehr? Untertitelung des ZDF für funk, 2017